so dann gehen wir mal in eine andere landschaft eventuell müssen leicht anderen bedingungen würden sehen lexi ist noch nicht bereit warum muss lexi eigentlich immer breit sein ich kann genau zu ertragen um danken hat direkt eine warte ist aber hübsch ich sitze direkt drauf ja natürlich ach du scheiße ja scheiße ist ein gutes uah mann so glichel Hits verdächtig war das jetzt nicht, oder? Den, den war doch irgendwie nicht. Ähm, ok, wir kommen euch denn durch hier. Da unten ist einer von mir. Da drüben wär besser. Ok. Im Deiner ist auch noch einer drin, ne? Im Deiner ist auch noch einer drin. Finde es nicht besser, das. Findest du nicht besser? Der hat sich versteckt im Deiner. Die ist genau. So, müssen wir hingucken. Ist alles mit Wind? Äh, dann sollte das so in etwa. Äh, nein! Scheiße! Geil! Hat mir Scheidel gezogen. Ja, ready for action! Oh ne! Oh ne! Oh ja! Nee, nee. Na, nee ne! Uhuhh! Oh, shh! Ach Gott, da hinten in der Ecke, das war auch Scheiße. Ach nö, Gewicht. Nö. Guck mal, so am Zappeln ist. Ausgeschaltet, ja. Alex, das warst du nicht, du. Ne, ich weiß. Ach, das war ich gar nicht. Ne, das ist eine Sau hier. Wieso hab ich nicht hintergelegt? Warum du am Rumheulen bist? Weiß ich auch nicht. Der hatte einen Chinesenhut an. Ach, kein Sobrero. Ja, siehste. Dum-de-dum-de-dum. Wenn ich am Rumheulen bin, weil ich vielleicht mal am Wasser gebaut bin. Ja, ja. Aua. Ja, toll, ey. Ich bin auch in die Lücke gekoffen. Jetzt darfst du heulen. Oh, das war's. Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr. Hallo. Ja, toll. Do that so! Uh. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Oh. Oh. Verdammt. Mist. Na ja. Aber man... Das ist aber auch ein sehr ungünstiger Punkt. Ähm. Ja, jein. Ne? Das ist so mies. Ja, ja. Ich stehe ungünstiger da warm. Das ist total. Mhm. Okay. Da hätte ich eine Idee. Nein. Sei ein netter Sombrero. Oh. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Da hat der einen Streich machst. Du weißt, was passiert? Ha, 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 ha. Ja, ha, ha. Wir sind alerts auf Presse. Dann das sind wir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Guck mal's aber um. Hm. So, Sumi, jetzt kannst du dich rächen. Schwierig von der Hoffnung, aber ja. Wieso, sie kann doch deiner reingehen, glaub ich. Nee, dann müsste ich da hoch irgendwie. Da komm ich aber nicht hoch. Wartenpisch. Warum machst du denn sowas? Oh mein Gott. Oh, der steht da aber gut. Ja, zumindest wenn das Wasser nachher steigt, wenn er dann immer noch da steht. Lass meinen Dank ohne Ruhr. Der will sich bedanken. Ah, Dickel. Nein, nein. Oh mein Gott. Aber ist doch ganz fit. Boah. Boah, du bist doch... Nee. Man weiß es nicht. Ja doch, Poppy könnte... Ach ne, das ist er ja selber. Riffi steht hinter Poppy. Ja, also Riffi dürfte sicher sein. Ja. Guck mal, der auf dem Plakat sieht aus wie der Trump. Hm. Alles, was scheiße aussieht, ist Trump. Alex, du bist dran, ne? Hä? Ja klar, noch 24 Sekunden. Wenn du nicht spielen willst, musst du nur bestimmt sagen. Nein. Ja gut, alles klar. Ich will nicht spielen. Ach, Dadaaa. Warum machst du den Bogen? Das Selbstbordkommando. Falsche Richtung gesprochen. Hä? Hä? Oh oh. Ach ne, du hast fast Kiste genommen, oder was? Ja. Super, kommst du durch. Hahaha. Boah, ey. Was machen wir jetzt? Da oben steht Metal. Ah ne, kannst du haken, ey. Was war denn jetzt? Ah. Was ist das denn? Ne, wird nicht, wird nicht, wird nicht. Wir auch nicht. Doof. Boah, das ist Kucke. Oh. Ne, 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 ne. Wie ist das denn wahr? Oh! Kaffee! Ohohohohohohohohohoho. Chuch' mir erstmal Kaffee. Ja, trink' erstmal Kaffee. Oh man. Na. Voll. Okay. Da steh ich aber auch nicht besonders gut. Ach ne ne, warum steh' ich immer in deiner Nähe? Verstehen wir auch nicht. Mann, 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 ey. Ja, das sind so Mysterien. Was hab ich denn hier noch? Ne, das probier ich mal lieber nicht. Guck mal, der ahnt schon was. Guck mal, der guckt, ey. Nein! Aua, habst du nicht auf mich drauf fallen? Das geht gleich in 11 Meter von Summi. Ja, super. Ja, ganz toll. Ja, die Correction. Kannst du auch direkt wieder einen Köpper machen? Ich glaub, das passiert jetzt wirklich auch. Ich glaub, ich würde einfach sitzen bleiben, da wird irgendwas anderes da hin. Aber jetzt. Ja, wenn du das jetzt richtig machst. Wo ist denn hier ein Flugzeug, da? Oh. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hinschießen willst. Ja, wohin wohl? Ja, das ist aber schwierig. Wenn das Flugzeug aus der falschen Richtung kommt, Tappdrücken, du siehst ja, aus welcher Richtung der Pfeil zeigt, ne? Dann triff lieber oben Bar. Dann triff keinen Pfeil. Oder? Dann nimm lieber oben den Bar auf den Deiner. Hast du mehr davon? Ist das gar kein... Ne, was ist denn? Ach, egal. Ach, das ist das. Ne, das hat... Und zack, ist er leer. Oh, oh ja, tot. Und tschüss. Das hat Konsequenzen. Schau. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Guck mal, die war halt so klein! Kampuscheiße! Kampuscheiße! Kann aber ganz schön weites Maul aufweiß! Oh, cool, guck mal, da kannst du einen wieder mit dem Baseballschläger umbieten! Nee, kannst du gar nicht! Ja, jawohl! Nee, das geht nicht! Kannst doch ne heilige Handkornata auf ihn werfen! Ja, das ist, glaub ich, zu nah! Bei dem würden das wahrscheinlich 3 Würmer das Leben kosten! Also, ich bekomme, du schaffst mich so! Grosios! Zu ner Mühe hatte, Schaf festzuhalten, ey! Andere Richtung wäre dann besser! Oje! Ja, das hat aber auch ne eigenwillige, äh... Laufweise, also das... Du hast nicht mehr viel Zeit! Du hast nicht mehr viel Zeit! So! Du hast nicht mehr viel Zeit! Wenn du da rausgezogen soll, dann hättest du wenigstens Lummi noch erwischt! Haha! Oho! Ja, nein! Sagst du mir jetzt? Ja! Ich kann dir doch nicht den ganzen Ablauf erklären! Oh oh! 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 Oh, guck mal! Du hast nicht den, der genau vor dir ist! Nee! Naja! Da muss ich auch nicht! Ach du mal, was ist das denn? Wow! Ja, super! Super! Dass Popi immer trotzdem noch runtergefallen ist! Der hat doch, äh... Quasi vom, äh... Geschützwind weggeweht! Ja, genau! Der hat doch nicht, sondern vom Geschützwind weggeweht! Aber es macht Eindruck! Haha! Wo hast du mich denn jetzt bekommen? Haha! Ja, jetzt häng ich hier hinten! Oh nein! Hast du gut gemacht? Ja, super! Ah, geht noch! Oh nein! So! Dann schauen wir uns mal an, womit wir uns jetzt befassen! Nein! Ja, es kann auch jeden treffen! Das ist jetzt auch ein bisschen zufallsabhängig! Haha! Ja, super! Oh! Oder auch gar keinen treffen! Das kann auch mal mehr! Bei mir hast du irgendwas noch über die Birne gezogen, glaube ich! Und? Ne, aber ne, hast du nicht gesagt! Ne, doch nicht! Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Amabu! Sumi! Ja, bitte! Du kannst mich nicht töten! Das heißt, ich würde mich rechnen! Eieiei! Eieiei! ich sitze da um eigentlich ganz gut ja einfach mal da unten reinfallen das ist doch wohl andererseits kann johann auch von unten da was unternehmen so ist das nicht ich hätte euch da eins auf die birne gegeben genau einer lebt noch oder zwei aber auch gut ein auf die fresse aber hallo luftangriff wo ist das denn gibt es noch gar nicht ja den musst du erst mal kriegen ja okay ich merke das war ein bisschen auch nie auch was soll ich denn doch nach gott okay ja aber ich will nicht auf die mine da treten ja dann musste da musste aufpassen ich krieg das da ähnlich geregelt ja da musst du nie an den rand sonst ließe die direkt von dir ab ja so aber das jetzt das wird spielen Ah! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Ja! Oh nein! So! Ist ja gar nicht von mir der, okay! Ähm, ja, aber ich muss... Moment... Kannst du bitte mal einen Look-Head-Salt machen? Warum machst du das nicht? Du stehst so nah dran wahrscheinlich. Nee, irgendwie macht das nicht. Warum machst du denn nicht diese Ghetto-Faust mit ziemlich steil nach oben? Ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so einfach. Vielleicht können wir den auch... Moment, mit Winkel... Mit Winkel? Oh mein Gott! Hat das jemals geklappt? Nö, ich hab's... ...hab ich's hier mal versucht, wäre die Frage. Oder so? Da sieht doch gut aus. Ah, schade. Um ein Haar hätte er Sumi noch mitgerissen. Ja, ha, 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 ha! Schon klar! Let's hope it lands north of the border! Hm... Oh, zwei Kisten! Auch nicht krieg ich jetzt auf den Duncan. Ja! Ja, klar! Echt, eh. Juhu! Oh, oh! Oh, oh! Oh je, ich befürchte, ich glaube auch noch automatisch mit dran. Ah, ich habe Angst, dass das wieder zurückgeschossen kommt. Hm, nee, dass so bald Bazooka kommt jetzt nicht. Ja, Aleut! Feuert! Na toll. Was, wenn du weißt! Beziehungsweise, bevor man, mir das nachher, äh, wieder sagte... Oh! ... CASper auch schon zurückgeschossen kommen, wenn man Gegenwind schießt. Ja, dann... Oh, oh! Oh oh. Das ist nur fest dran. Nur rein. Oh oh oh. Oh. Das ist ne gute Idee. Nein, das ist ne bestrafte Idee. Oh nie. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich will's aber nicht. Oh. Bleib da sitzen. Oh puh. Eicheichei. Lief doch gut. Ja. Punkt. Hm. Hahahaha. Upsi. Du hast sich selbst vor den Steiner reingeschossen. Hahaha. Ja, ich würd sagen. Ja. Kannst dir einen Burger bestellen jetzt. Hahaha. Ey, ich hatte doch noch gar keine Waffe ausgewählt. Verdammt. Ja, dann hattest du die doch letztes Mal in der Hand. Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Okay. Oh. Verdammt. Oh. Verdammt. Geh weg. Hahaha. Voll am Drohnen hier. Du weißt, dass du sie willst. Hahaha. Ja. Wir wissen das. Hahaha. Ich kann nicht mehr rückwärts springen. Ja. Dann lass doch einfach. Dann lass doch einfach. Kann ich denn nicht hier? Scheiße. Das ist irgendwie nicht gut in dem Loch. Hahaha. Macht weg. Oh mein Gott. Blümchenwiese. 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 Mach einfach volle Kanne. Hahaha. Hahaha. Erste Witz. Dann ist noch nicht gut in dem Loch. Hahaha. 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 Oh mein Gott. Jetzt. Au. You're dead. You hear me? Und noch einen. Sonst will ich immer noch die Pelle rücken hier. Hahaha. Guck mal, wie ich da schon liege. Oh nein. Oh Gott, wie ich da schon liege. Hahaha. Hahaha. Exekution, ey. Oh Gott, ey. Boom. Oh je. Lung. Oh nein. Oh nein. I'm dead. I'm dead. Giftige Handgranate ein. Oh Mann. Tja. Ja. Ja. Kannst du ja jetzt am Ziel rächen. Nein. Na wie denn? Mit der Granate zu? Mit der Granate. Wenn sie nicht abprallt an dem Stein. Ich freue mich, dass sie aber auch sehr geschicken ist. Denn Leute immer aufeinander am Hetzen und er es erführt. Hahaha. Hahaha. Immer schön schön von sich ablenken. Oh, kannst du dich doch an dem rächen? Oh. Hey. Nicht hier hin. Geh weg. Das hat dir doch eben auch schon nicht geholfen, dass du immer bei mir bist. Hahaha. Ich bin ein auf die 12. Das wird nicht besser. Oh ne. Verdammt. Verdammt. Ja du hast mich schon getroffen, aber ähm. Dich mit. Nee ich komm. Nee ich komm. Nee nicht mit, aber. Ich fließe dann. Ah nicht so dass der Effekt den ich wollte. Das hab ich mir gedacht. Nee. Ähm. 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 Ich musste. Ist ja wohl nicht zu. Ist nicht die Possibility. Ähh. Nimm da. Ähh. Oh nein. Explodier vorher bitte bitte. Oh nein. Na kurz durchatmen. So, mein Problem ist, ich muss gleich wieder los. Scheiße. Oh nein. Wer ist dran? Ja, Alex. Alex ist in deiner gefangen. Da oben ist ganz schön scheiße, oder? Am Ende ist das ganz positiv. Ja, gut. Ich muss jetzt die Langgranate loslassen. Oh nein, es ist mehr hin! Warum? Warum hörst du eigentlich auf mich? Oh nein. Alex hat großes Vertrauen in Jurens Werke. Na warte. Oh, das ist ja... Was hab ich denn da noch? Oh, von denen hab ich auch noch. Oh nein, schon wieder? Klappt doch gar nicht. Echt? Klappt doch sowieso nicht. Schwierig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, wird auf jeden Fall schwierig. Die Ecke ist recht schwierig. Wanderbauer drauf kann gehen, aber nee, so nicht. Aber Alex habe ich ein bisschen was aufgezogen. Hat ein bisschen angekratzt. Ja. Das hat aber trotzdem nichts geholfen. Nee, hat's nicht. Ja, hier haben wir noch immer das alte Problem. Obwohl wir können das ja mal versuchen anders zu machen. Genau, wir versuchen das mal anders zu machen. Ja, 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 nein, ich wollte eigentlich noch weiter. Der ist gut, der ist gut. Oh, scheinbar! Oh, oh! Aber er lebt noch. Blöck, blöck, was ist denn jetzt da gefallen? Ja, das sind wahrscheinlich so ein paar komische Fetzen, die da rumlagen. Oh, ey. Nee, ich wollte ein Stück weiterwerfen, weil er ja drei Stück standen da unten an der Ecke. Joch. Das ist mir halt nicht so gelungen. Nee. Nee, hast du gemäht. Ja. Nein, du! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Habe ich irgendwie getroffen? Ne? Hm, nee. Was? Doch, ich habe vier Punkte abzugucken. Du hast nur irgendwas getroffen. Ja, du hast mein Sombrero knapp gestreift. Ja. Weißer. Ich hab ne leichten Windzug gespürt. Oh nein, lass uns doch einfach in Ruhe. Ja. Oh, wo willst du denn? Oh. 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 Oh, oh. Oh, ey, Gott. das ist auch zu spät zum laufen total zerbombten deiner und da oben würde ich auch mal da runter um das Das ist deppern Kammer. Oh mein Gott, ey. Was soll das denn halten? Das ist schlecht. Oh mein Gott, wie schön. Echt, ey. Die rollt eh nur weg. Glaube ich. Wo willst du hinwerfen? Oh, ich depp. Oh, oh, oh. Ja, alle nö. Aber, ey. Oh, aber die beiden weggehoben. Das war's mir wert. Oh Gott, oh Gott. Gut, dann bin ich mal weg. Okay. Okay. Aber du bist doch gerade am Gewinnen. Kann ich leider auch nicht mal ändern. Oh, das bin ja ich. Oh nein, komm schon. Oh nein. Komm schon, sei nett. Der Winkel ist immer noch derselbe wie eben. Ja. Oh, nee, doch nicht. Hast du Glück gehabt. Hast du Glück gehabt. Ja, toll. Hauen wir uns da immer gegenseitig aufs Maul da. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Ach, wir haben immer noch wieder sehen, ne? Du bist wieder dran, aber du kannst ihn dir zweckknüppeln. Nein. Doch. Das machst du. Nee, das so rum geht nicht. Das könnte gehen, aber ich hoffe nicht. Ja, ich habe Angst, dass ich nur auf das singen darf. Nö, nö, das passiert nicht. Du trust mich dann schon. Nö, du trust mich dann schon. Du trust mich dann schon. Das ist auch nicht. Oh, scheiße. Lola m'interess. Bye bye. Bye bye. Oh, aber jetzt ist die Türrand weg. Ja, ja. Er hat ja jetzt die Falschfahne geschwingt. Ach so. Ah ja, okay. Oh. Ja, da war mal ein Diner. Ja. Oh nein, da kommst du nicht drüber. Da steht noch ein Stückchen. Der letzte Rest von Deiner. Schieß nicht, dann bist du weg. Äh, aber nicht so. Da sind noch ein paar kleine Fetzen in der Luft. Ich sag's dir nur, die zu treffen wäre auch tödlich. Oh nein. Oh, die ganze Kiste weg, auch. Scheiße. Mann, oh. Uiuiui. Die Kiste wieder haben. Haben wir hier unten das Glück gehabt, dass wir kein Feuer haben. Ja, aber wirklich. Obwohl, ein bisschen Ruhe ist runtergekommen. Ja, ja. Ja, das ist jetzt aber total beschissen. Ja. Das meint jeder. Nein. Oh, ich glaube, das überlebt er nicht. Boah, 133. Boah, 133. Boah. Scheiße. Boah. Alter Schwede. Boah. Ich den bekommen. Ja, was machen wir denn hier? Tja. Goldkram. Ich glaube, nicht immer der Verbruch. Mir. Oh, ich bin egal. Ich glaube, das ist irgendwo so. Oh, 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 oh. Ah, ha, 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 ha. Ja, am wenigstens habe ich eine spritzige Zeit, ey. Ja. Boah, oi. Oh, oh, ja. Oh, nein. Oh, nein, nein. Nein, wir holen doch ordentlich eine rein. Wir holen doch eine rein. Das geht so ein bisschen schief. Du hast beide erwischt. Ne, ich atme noch. Ne, da atmest du noch. So ganz leicht. Ich find Alex so süß da oben, ey. Und schadet sich ständig sind. Ja, aber er lebt, ne? Aber er lebt. Überlebenskünstler. Irgendwas macht er ja richtig. Ja. Ist doch auch sein letzter Murm, ne? Ja. Der letzte Murm. Ne, das könnte ich auch versuchen in die Kuhle, da wo Lexi liegt. Nein! Nein, das war nicht gut passiert. Oh nein, schade. Halleluja. Naja, fast. Ich hab fast. Tja. Jetzt hab ich aber auch beschissene Positionen hier. Naja. Nein! 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 Ich will doch gar nicht. Ich will doch gar nicht. Ich... Oh, fuck. Oh, ein kleiner Freiheits, ey. Ja. Ah! Geht sogar durch. Jetzt einfach was runterwerfen. Ja, aber ich... Irgendwann gefällt's... Oh, ich hab... So. Pff! Aber das ist so schnell runter. Ich muss schon... Ne. Kannst das gleich gegen die Wandballern da. Da kriegst das trotzdem da rein. Auch wie gerade Granaten. Äh... Ja, Feini! Das hat... Oh, vier. Das hat Konsequenzen. Ich hab dich auf! Oh, nein, 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 nein. Ja, und jetzt sind wir an der Kiste. Oh, nein, 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 nein. Ah, boah. Ha, puh. Ja, boh. Da sind ja auch noch zwei, die. Oh, ja. Genau, die ist ja auch noch. Die haben wir ja auch noch, die Bananenbombe. Oh, ey. Bananenbombe. Ey. Bananenbombe. Ich will deine Banane nicht. Boah. Oh. Oh. Boah. Ich fach das krass. Ey. Oh, ja, ja. Oh, bis alle Beine... Oh, boah. Oh. Oh mein Gott. Ja, schätzen wir nicht die Bananenbombe. Ha, 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 ha. Na toll, jetzt muss ich auch wieder hochkommen. Ja. Das Schlimme ist, ich sitze halt da oben auf dem komplett blöden Abdingster. Pinky, was soll ich denn machen? er ja genau nicht zu mir nein will nicht du musst jetzt irgendwie ablegen das Ding jetzt habe ich den Baseballschläger nicht mehr scheiße aber das andere hättest du noch die an dem Nahkampf was denn für Nahkampf? die Faust ne habe ich nicht mehr auch nicht mehr gar nichts das ist Pech 15 14 13 12 11 10 8 7 6 ich kann auch nichts anderes mehr nehmen 1 1 1 ja oh scheiße verdammt und wieder ist Alex am Leben geblieben ja das ist nicht zu passen wenn es so weiter geht gewinnt Alex noch ja ja das ist möglich hi hi hopp hi hopp hi hopp hi hopp 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 was nimmt man denn diesmal hopp 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 scheiße hopp habsi habsch ach so ja gut ach jetzt ist sie wieder dran s das ist unfair haaa find ich jetzt nicht so Bo hat ja keine chance nicht zu rächen das ist nicht das ist nicht in ordne Ich kann jetzt auch nix mehr herstellen. Nein! Oh nein! Scheiße! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Nein! Er wird dann vier Pünktchen, weißt du? Die Töpf! Hauptsache am Leben, was ist denn das hier? Ach so, ach das ist ja auch lustig, aber das kann ich jetzt grad nicht verwenden. Ähm, was haben wir hier? Brenner? Ne, Brenner brauch ich nicht. Komm, Bombe. Genau. Das wird nur auf die Exekution warten ey. Oh, das ist doch, das klappt nicht. Natürlich klappt das. Nein, das klappt nicht. Ne? Langweilig. Oh, oh, das klappt ja auch mal rutschen. Der lebt auch. Aber schreien tue ich auch echt gut. Geh weg. Oh, jetzt hab ich wieder ganz, ach mit ihm hab ich ganz viele tolle Sachen noch. Oh ja, ich hab ganz viele tolle Sachen mit ihm. Mit ihm und für ihn. Voll für. Darüber geschossen. Jetzt nicht mehr. Oh nein, jetzt sind wir wieder so dicht aneinander. Na du. Nein. Ja, Ali. Du schon wieder. Ja, aber natürlich. Ich hab da auch was für sie. Oh mein Gott, okay. Aber jetzt kommt erstmal Alex mit seinem... Ja, der schmeißt uns jetzt irgendwann auf den Kopf und dann war's das. Ja, ich bin ja auch noch einmal dran. Oh nein, Alex, tu's nicht. Du würdest das auch tun, kommst du zu. Ja, natürlich. Nein. Nein. Let's just put this happy little thing over there. Ne. Ah! Ich schreie aber auch ganz gut. Ja. 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 Wie bin ich denn? Ja. Ja. Wie heißer da hat. So, was nehme ich jetzt? Auf ein neues. Ja, ja, lege ich dir nochmal so eine vor die Füße. Ja, ja. Du machst die doch gegen die Wand, dann land sie auch nicht vor dir. Ja, genau. Oha. Ich glaub, das war anders geplant, aber trotzdem. Jetzt auch. Ne, das war schon so geplant. Aber nicht ein wenig in dem Linke. Oha. Listo. Haben wir's. Oh nein. Ja. Nein. Guck mal, da oben ist auch noch einer. Da hat 13 Punkte noch. Ja. Der kommt ja auch dran. Aber jetzt ist es. Oh nein. Ohaah. 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 Herrlich. Ohaah. 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 Da wird's... so ja ich würde ja gern aber irgendwie ein bisschen näher zu kommen denke ich mal wo bin ich dann einfach die andere kiste so ist ein summi ach da kommt so in der handgranate nicht ist ja auf jeden fall günstig nein handgranate ist nicht windabhängig verdammt aber es war so eine bananerbombe ok oh mein gott das war anders gedacht alles gut ja die hätte ich jetzt gern verdammt verdammt ich habe irgendwie so was tolles an den midi pack ohne damit komme ich ja nicht dahin doch wie denn denn du markierst sie und dann schießt du einfach gerade hoch in die luft war es ist so gemein ich hätte ich jetzt einfach so genau so gesagt du musst aber jetzt ziemlich feste schießen also relativ feste nein ich will aber nicht ich will nicht ich will nicht oh mein gott ja links der Schuss Lixi ich bin belastet ich bin eine Belastung ich bin Oberwurm ja ich doch ich wollte schon immer mein Oberwurm sein ja wer nicht wer nicht